Guten Tag. Top 10 besten Parfums für Männer. Nummer 10. Bist du zu schwach, ist er zu stark. Tobacco Oud von Tom Ford. Dieser Duft ist eine Granate, wenn es darum geht, Haltbarkeit zu demonstrieren, Power zu haben. Dieser Duft hält ewig und er erzeugt auch gleichzeitig negative Reaktion, wenn du diesen Duft nicht vertreten kannst. Ein sehr polarisierender, starker Duft auf der Nummer 10. Auf der Nummer 9. Viel leichter zu tragen. Chanel Allure Sport E-Extreme. Ein Duft, der ganz, ganz clean and fresh ist. Würze, frische und süße ist hier harmoniert in einem Duft. Ein wundervolles Parfum für alle Männer da draußen. Auf der Nummer 8. Mein Lieblings-Sommerduft. Das ist mein Lieblings-Sommerduft für Männer. Dolce Gabbana Light Blue Intense. Es ist kein Anzugträgerduft. Es ist ein Duft, wenn du die Beach Shorts anhast, wenn du eine Bar in Miami oder in Ibiza hast und da richtig geil am Start bist. Im Sommer tagsüber ist das dein Duft. Dolce Gabbana Light Blue Intense. Auf der Nummer 6 haben wir den Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum. Ein wundervolles Parfum, wenn es darum geht, sexy nach Kirsche zu riechen, nach Leder zu riechen, nach Vanille zu riechen. Das ist einer der besten Düfte, die ein Mann tragen kann, wenn es darum geht, Komplimente zu kriegen und einzigartig zu riechen. Weiter geht's auf der Nummer 6. Parfums de Mali Sadly. Simplizität ist die highest form of competence. Mit diesem Duft bist du Weltklasse, wenn es darum geht, wundervoll nach zitrischen Noten zu riechen. Sehr langanhaltend und das ist einer der besten Nischendüfte, die es gibt. Was ist Nische? Nische ist das, wenn wir davon sprechen, teure Düfte, die einzigartig riechen, die nicht überall erhältlich sind. Das ist Nische. In dem Fall Parfums de Mali Sadly. Auf der Nummer 5 immer noch einer der besten Parfums für Männer. Dior Sauvage. Hol dir das Eau de Toilette, am besten die 200ml Version. Dieser hält richtig lange. Den kann ich dir nur empfehlen. Das ist der Beste, wenn es darum geht, den besten Dior Sauvage zu nehmen. Hol dir die Eau de Toilette Version. Auf der Nummer 4 haben wir Jean-Paul Gaultier Ultra Male. Ein wundervolles Parfum, wenn es ums Clubbing geht. Wenn du in den Club gehst, dann musst du diesen hier tragen. Richtig geiles Parfum. Riecht nach Birne, riecht nach sexy Vanille und nach der Jean-Paul Gaultier DNA. Richtig geiles Parfum. Komplimente ohne Ende. Einer der besten Düfte, die es gibt für Männer. Armani Code. Absolut. Richtig geiles Parfum. Riecht sehr süß, sehr langanhalten und bringt dir unfassbar viele Komplimente. Ein Duft, der ein Magnet ist, der dir richtig Komplimente bringt. Auf der Nummer 2 haben wir Acqua di Gio Profumo von Giorgio Armani. Das ist der beste Duft, abgesehen von meinen Düften, wenn es darum geht, wundervoll vielseitig zu sein. Diesen Duft kannst du zum Anzug tragen, zum T-Shirt tragen, zum Fahrradfahren tragen, zum Date tragen. Der geht immer. Frisch, langanhaltend, hat auch eine schöne Tiefe durch den Weihrauch und durch das Patchouli. Sehr zeitlos vom Geruchscharakter. Wundervolles Parfum. Musst du dir holen. Und der Nummer 1 Top Parfum ist ein Nischenduft. Creed Aventus ist hier die Nummer 1 und den Duft kann ich dir empfehlen, wenn es darum geht, sexy zu riechen, wenn du sehr viel Geld gemacht hast und dein Geld ausgeben willst. Das ist der rote Ferrari unter den Düften und den kann ich dir da wirklich ans Herz legen. Creed Aventus auf der 1. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich teste immer noch, wie ich mich optimal für meine Videos vorbereiten kann. Unter diesem Anzug trage ich mein Kreuz und ich versuche, Gott so gut zu representen, wie es nun geht. Und es ist eine Journey, auf der ich mich befinde und ich danke euch, dass ihr mir dabei zuschaut. Ich liebe euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020